Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Herr Guzoa. Es geht um Clash of Clans, ihr wisst es bestimmt selber. Vielleicht merkt ihr was. Ich habe die Auflösung im Bluestacks geändert und jetzt sollte das eigentlich noch so ein Fünkchen besser laufen. Also beziehungsweise besser laufen ist so eine Sache, aber auf jeden Fall noch eine fettere Grafik sein. Ich hoffe, dies gefällt euch. Mein Update geredet gerade ab vom... Ja, egal. Erstmal Intro. So, und da sind wir. Ich möchte euch was zeigen. Ich möchte euch was zeigen und zwar habe ich es heute offiziell hinbekommen. Ich denke, es war dieser Angriff hier. Ganz genau, ganz genau. Ich meine, Bass-technisch brauchen wir nicht reden. Ist jetzt nicht so die Kracher-Bass, klare Sache. Aber guckt doch mal bitte hierher. Was haben wir da? Da haben wir eine Entfernung. Wir haben ihn nur auf Single, wir haben ihn auf Multi, aber er ist da. Ja, normalerweise sage ich ja, Hände weg von diesen Sachen. Wenn ihr Queen Walk macht, dann bitte ohne den Inferno, den lasst ihr bitte außen vor. Aber ich zeige euch das mal, wie der kleine Gusor hier doch ein bisschen abgeht. Ich bin von hier aus rein gedroppt. Hatte hier dann, glaube ich, noch ein bisschen Mauerbrecherchen am Start. Es passte ganz soft, hatte genug Heiler, war gar kein Thema. Wie gesagt, die Base selber war ja jetzt auch nicht die Wucht. So, Heiler hatten sich auch gut verteilt, das passte alles. Das lief halt, wie es so beim Gusor laufen soll. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt dachte ich mir, was haben wir denn da? Hier wurden doch schon kleine Leute gegrillt. Ja, und fand ich nicht so gut. Fand ich gar nicht gut. Fand ich so ein bisschen suboptimal, wenn nicht sogar medium geil. Ja, und das dachte ich mir, Mann, wenn jetzt die Queen in den Bereich geht, das könnte tricky werden. Aber ihr seht es jetzt sofort. Jetzt seht ihr... Badam, badam... Die Queen hat was am Kopf. Ein Megastrahl, der endet dort. Andersrum, der fängt dort an und geht direkt in ihren Kopf. Gedankenübertragung. So. Ja, klare Geschichte. Klar, ein Rage raufgedonnert. King macht hier noch schön so. Und jetzt dachte ich mir, okay, klar, die kann nicht geheilt werden. Klar, jetzt... ...sind wir ja schon fast zu schnell. Hier hatte ich jetzt dann zum Glück mir gedacht, gut, okay, komm. Rage-te die mal, dann ist die natürlich unsichtbar. In dem Moment kann natürlich auch meine Queen logischerweise hochgeheilt werden, weil sie ja gerade in dem Bereich nicht vom Inferno angegriffen wird. Deswegen ist ja Heilen möglich. Und das war meine Chance. Ich natürlich ordentlich raufgebattelt und das war's. Das heißt also, wenn ihr mal einen relativ low Gegner habt, der aber trotzdem Inferno da hat, wenn es geht, nicht unbedingt zwei direkt nebeneinander stehen, weil die Wette würde ich nicht unbedingt eingehen. Die könntet ihr nämlich verlieren. Aber wenn ihr hier halt wirklich mal einen habt und sagt euch, ah, komm, ich hab einen Queen-Walk vorbereitet, könnt ihr machen, wenn ihr es drauf habt, ist das in Ordnung. So viel dazu. Also den wollte ich euch deswegen noch zeigen, denn, ja, hab ich danach abgebrochen, weil da nicht mehr wirklich was an Loot war. Aber, äh, somit ging das ganz nett und, äh, auch mit Queen-Walk Inferno-Killen möglich. Finde ich ziemlich nice. Ansonsten, wie sieht's bei meiner Base aus? Ja, ich war ja in Champ, ihr habt es ja gesehen. Und das lief ziemlich geil. Ziemlich geil war ich, äh, vollkommen zufrieden. Aber ist natürlich mauertechnisch nicht wirklich viel passiert. Den, die Queen hab ich einmal gehabt und das war's dann auch schon. Aber wie gesagt, ich hab halt schön Champ erreicht. Das war ziemlich geil. So. Ansonsten, Base-technisch ist nicht viel passiert. Wie gesagt, Queen jetzt auf 21, King auf 25. Wenn ich nicht ganz falsch, ganz genau, da stehen sie beide alles einwandfrei. Ansonsten bin ich jetzt immer noch so in dem Bereich, wo ich sage, gut, okay, sehen wir ganz chillig an. Ich kann mir noch hier schön den Beute-Bonus, Loot-Bonus ist es ja in dem Fall nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Den Liga-Bonus mitnehmen und dann passt das. Den kassier ich immer noch schön ein und dann passt das. So, jetzt machen wir natürlich noch einen Angriff. Ich skipp euch wieder raus. Hier nochmal ganz kurz zum Zeigen. Wäre auch noch machbar, aber bedenkt bitte, das ist hier Single. Also der Splash dann schon richtig rein. Also da müsst ihr euch dann wirklich sicher sein, wenn ihr doch sagen würdet, ich nehm trotzdem die Queen. Scheiß drauf. Oh, nice. Uh. Schade, dass der hier seine Luftabwehren hat, aber ich glaube, den muss ich einfach angreifen. Das wäre jetzt einfach mega fail, den nicht anzugreifen. Ich habe genug, um oben zu clearen, dann im Nachhinein. Ey, der hat nicht mal, der hat nicht mal Entfernung. Ja, okay, den muss man angreifen, ganz klare Geschichte. Da hauen wir hier mal einen rauf und gucken, wo der Frosch die Locken hat. Und dann lassen wir die Queen einfach erstmal machen. Die wird da schon nicht so schlecht sich anstellen. Clearen tun wir auch nochmal ein bisschen hier mit Barbs und Archers. Und dann sollte das ganz soft laufen. Hier gucken wir mal. Ich will noch nicht die, weil die Mauerbrecher, ich meine ganz ehrlich, kosten auch ein bisschen Geld. Will man jetzt auch nicht, wer weiß, wie wasten. Und schauen wir mal, wie das läuft. Also ich bin wirklich der Meinung, ich habe da jetzt wirklich auch eine, ja, wie soll ich sagen, von der Taktik her läuft das schon besser als früher. Wirklich, da hat man einfach nur gedroppt und geguckt, was passiert ist. Und das war es dann halt. Das ist mittlerweile definitiv nicht mehr der Fall. Und da gucke ich dann schon genauer hin. Was passiert denn wirklich? Kann ich, ich meine, ich habe keine Fläche, schade, jetzt laufen sie dahin. Aber sollte passen, King kann ich rage'n. Sollte ich jetzt langsam auch rage'n. Und dann würde ich aber trotzdem gerne... Genau, exaktemente, da wollen wir mit den Mauerbrechern rein. Wenn der King down geht, wäre nicht weiter wild. Das tut uns hier absolut nicht weh. Aber die Heiler kümmern sich da drum. Passt auf jeden Fall. Ganz chillig hier. Und ihr seht's halt. Ich habe noch anderthalb Minuten. Ganz easy, ganz easy. Es ist genügend Zeit. Heiler gehen da. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch echt ein gutes Spiel mit den Heilern. Da kann ich jetzt echt nicht meckern. Das lief hier einwandfrei. Und jetzt gucke ich mal, wo ich hier eventuell noch so ein bisschen Loot abstauben könnte. Ich hätte natürlich hier gerne das und das und das und alles noch mit dazu. Und da haue ich natürlich dann auch meine CB raus. Weil wenn ich den Loot einmal so bekomme, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. So, Heiler kommt... Also wie gesagt, Heiler auf dem King ist immer so eine Geschichte. Bringt meiner Meinung nach nicht so viel wie in Verbindung mit der Queen. In der Verbindung mit der Queen ist das einfach total krankes Zeug. Das geht richtig gut los. X-Bow ist auch wieder leer. Sehr gut. Jetzt muss ich aber gucken, dass mir hier meine Queen nicht müde wird. Weil nachmüde ist Tod. Das ist ganz klare Geschichte. Ja, geiles Ding. Passt. Super. Können wir hier noch ein... Rage... Ah, schade, okay. Der King hat es nicht mehr geschafft. Aber sollte uns nicht weiter stören. So, jetzt gucken wir mal. Ich hätte natürlich hier das gerne noch. Aber die wird jetzt sich natürlich so hier im inneren Bereich so ein bisschen austoben wollen. Und dann lassen wir hier das auch. Schade. Aber ja, war in Ordnung. War nicht so bad. Gab ein bisschen was an Loot und dann passt das. So, zack. Durchsinnfah damit. Schade, außenrum hätte noch mehr gehen können. Aber ist jetzt inklusive Bonus auch nicht so schlecht. Passt. Ansonsten habe ich noch etwas anzukündigen. Und zwar heute wird gestreamt nach Lichtle. Weil ich, klar, ich will ihm da, also als würde ich ihm das Wasser abgraben. Das wird ja nun nicht passieren. Aber man muss sich ja nicht gegenseitig irgendwie die Zuschauer klauen. Das ist Blödsinn. Das heißt also, ich werde am Ende von Lichtle-Stream da dann auch dabei sein. Also nicht mehr auf Twitch oder sowas. Sondern wir sind jetzt beide Teil der Camcord-Community. Eine kleine Diziax auch. Alter WTF. Habe ich jetzt sogar schon zwei. Oh, äußerst nice. Ich habe zwei Halloween-Kessel. Freut mich natürlich zu sehr. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wenn nicht, ist die Sache richtig, richtig cool gewesen. Und zwar hatte ich ja in meinem letzten Video gezeigt, hier schlechten Account hochleveln. Ja, das war nicht schlecht. Der war halt einfach, der war nicht irgendwie gerusht oder sowas. Das war ganz normal. Aber der war halt Anfang Town Hall 9. Und ich habe es als schlecht bezeichnet, weil er halt früher derbst besser war als ich. So. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Und so haben wir uns einfach noch entschieden, eine Poké-Jagd zu machen. Und da sind wir jetzt eigentlich live dabei. Live drin, wie auch immer. Da gucken wir mal kurz rein. Beste Clans. Wenn ihr... Ich gehe mal davon aus, das weiß jeder, wie man das macht. Geht man einfach, wenn man seinen Clan sehen möchte. Auf beste Clans. Dann in dem Fall natürlich Germany. Und dann scrollt man runter. Nach den 200 kommt dann irgendwann... Ah ja, gut, okay, bei 414 sind wir. Ziel, was wir uns gesteckt haben, ist, Top 200 sollte total easy zu machen sein, wenn einer noch Bock hat. Und im Bereich, ich sage jetzt mal, oberhalb Kristall irgendwie dabei ist. Kann der natürlich für die Zeit auch ein bisschen bei uns abchillen. Geht natürlich auch. So, jetzt habe ich viel erzählt. Und wir haben gesehen, wie eine Queen ein Inferno killt. Das ist ziemlich geil. Und wir haben grundsätzlich gesehen, wie man ein bisschen Loot bekommt in Meister 3. Ja, ansonsten so viel Loot ist da momentan auch nicht. Aber es geht. Es ist in Ordnung. Das war es von mir. Wie gesagt, wir sehen uns ansonsten bei Camcord. Wenn ihr die Adresse nicht drin haben solltet, haue ich die natürlich nochmal in die Videobeschreibung rein. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.